Donald Trump hat die Aktienmärkte heute im asiatischen Handel in Panik versetzt. Nicht nur, dass er einen Einreisestopf verhängt hat für Europa, sondern er hat auch einen Versprecher gemacht, der vielen Leuten wahrscheinlich viel Geld gekostet wird. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu dem, was heute zu erwarten ist. Und es ist eine Menge zu erwarten. Es ist ziemlich viel Turbulenz zu erwarten. Schauen wir uns zunächst mal an, was Sid Donald gesagt hat. Da hat er gesagt, es wird Ausnahmen geben, aber die Verbote gelten nicht nur für eine tremendous amount of trade and cargo. Also Trump schien zu suggerieren, dass praktisch da der gesamte Warenverkehr lahmgelegt werden müsse zwischen Europa und den USA. Das war natürlich für die Märkte ein absoluter Schocker. Limit down, die US-Futures, also mindestens 5% vom Vortagesschluss. Und dann hat Donald Trump, respektive das Weiße Haus, zuerst das Weiße Haus, dann Donald Trump selber diese ganze Geschichte nochmal klargestellt. Diese Restriktionen betreffen Menschen, nicht Güter, hat er nochmal gesagt. Klar, mit Gütern wäre die ganze Geschichte noch dramatischer, als sie ohnehin schon ist. Jetzt versuchte Trump, die Geschichte noch zu retten. Hoping to get the payroll tax cut approved by both Republicans and Democrats. Er versucht jetzt zu appellieren an, die Demokraten jetzt Steuerstimulus zu betreiben für die US-Bürger, die wahrscheinlich nicht bis zum 15. April ihre Steuererklärung abgeben müssen. Die Frage ist, ob das jetzt noch was hilft. Jedenfalls hat das hier einiges ausgelöst an den Märkten. Diese Maßnahme ist insofern auch seltsam, als Großbritannien ausgenommen ist. Warum auch immer? Wahrscheinlich, weil er Großbritannien nicht mehr als Teil der EU sieht, was ja auch faktisch der Fall ist. Aber dementsprechend will er wahrscheinlich einen Special Deal dann mit Boris Johnson machen. Jedenfalls könnte jetzt jemand aus Deutschland einfach entspannt nach London fliegen. Von London aus kommt er dann wohl in die USA rein. Wie soll das gehen? All das ist ziemlich unausgegoren, nicht wirklich stringent. Trump appelliert daran, ja, seht doch mal das Positive. Wir, die Welt, haben jetzt einen gemeinsamen Feind. Plötzlich ist es die Welt und nicht America first. Und wir und der Rest der Welt interessiert uns nicht wie bisher, sondern jetzt ist es plötzlich wir alle zusammen gegen das Virus. Also Trump versucht jetzt den Medien zu sagen, seht die ganze Geschichte doch mal positiv. Und er wird jetzt zunehmend unsicher und versucht, die Fed natürlich jetzt zu drängen. Hier ein Bericht der Washington Post, die sich auch für Insider aus der Trump-Administration berufte, wonach Donald Trump richtig ausgeflippt sei am Montag. Und vor allem gegenüber Steve Nutschin, dem Finanzminister, denn der hatte ihm Jerome Powell als Fed-Chef empfohlen. Er ist dieser Empfehlung gefolgt. Stimulate the economy, mehr Stimulus, da ist viel zu wenig passiert, sagt Trump offenkundig hier. Und Steve Nutschin muss jetzt gucken, wie er da die Geschichte wieder gerade ziehen kann. Wir sehen, dass dann insgesamt die Lage eben nicht einfacher wird. Schauen wir uns mal hier diese Aussagen etwa von Mohammed El-Adrian an, der sagt, naja, die US-Regierung muss heute nochmal viel genauer erklären, was sie eigentlich meint, wie sie jetzt strategisch vorgehen will, denn man vermisst so ein bisschen eine klare Strategie. Mohammed El-Adrian Pimco, der von Anfang an gesagt hat, don't buy the dip, kauft nicht den dip, er hat recht behalten. Und jetzt ist eben die Geschichte die, dass wahrscheinlich die USA einem ähnlichen Muster folgen, wie es vielleicht in Italien oder in Europa schon der Fall war. Das heißt, selbst wenn man jetzt ab Freitag dann die Grenzen schließt für Europäer, wird das wahrscheinlich an der Ausbreitung nicht mehr wahnsinnig viel ändern. Die dürfte schon passiert sein. Wir sehen Reaktionen auch andernorts. Die CME will jetzt ihren Chicago Trading Floor schließen. Chicago ist ja die Hauptstadt des Future Handels. Ich hatte selber mal das große Vergnügen, dort auf dem Parkett zu sein, damals geschäftlich. Und da war schon viel weniger los als einst, als die Leute wirklich Schulter an Schulter standen. Da sah man noch ein paar Handeln. Aber das wird jetzt erstmal ausgesetzt, funktioniert noch elektronisch. Vielleicht ist das das Ende des Pit Handels. Also des Handels, wo die Leute da rufen, brüllen, mit Finger zeigen, versuchen Kauforders zu platzieren. Und die CDC, die amerikanische Seuchenbekämpfungsbehörde, die erhebt eine Reisewarnung Stufe 3 für Amerikaner für Europa. Wir sehen jetzt, dass die WHO ja endlich das als Pandemie erklärt hat. Wir sehen, dass Tom Hanks erkrankt ist am Coronavirus, der Schauspieler. Also die Dinge kommen immer plastisch, immer näher. Die NBA, und das wird viele Amerikaner interessieren, beendet jetzt die Saison ausgesetzt. Ein Spieler der Utah Jazz ist infiziert. Etc. Etc. Italien schließt Läden, Geschäfte. Also die Dinge werden jetzt nicht gerade einfacher, nicht gerade weniger tumultig. Und wir sehen eben hier im Dow Jones, dass wir hier natürlich durchaus noch Platz hätten für weitere Korrekturen. Jetzt ist die Geschichte so mit dem Limit Down. Nächstes Limit Down beim Dow Jones, beim S&P wäre die Marke von 2.584. 2.382 wäre 13% Limit Down und 20%, dann würde der Handel ausgesetzt werden. Für heute ist bei 2.190 im S&P. Schauen wir uns mal hier diese Madame an, die natürlich heute eine Feuertaufe zu bestehen hat. Heute EZB-Sitzung. Was will sie da sagen? Irgendein paar Trostpflaster kann sie vergeben. Vielleicht QI erhöhen. Vielleicht TL, TROs, Bankenliquidität irgendwo zur Verfügung stellen. Aber es sind Trostpflaster. Sie hat eigentlich keine Munition mehr. Da wird man sehen, wie sie sich schlägt, ob all das retten kann. Was wir hier sehen, ist der Dow Jones, meine Damen und Herren. Und es geht eben deutlich nach unten. Wir sind jetzt bei 22.500. Und der 48 massiver Abverkauf S&P 500, der jetzt ein neues Tief macht. Wir sind dann unter die 2.700er Marke gefallen, bei 2.628. Was wird der DAX aus der Situation machen? 9.750 Punkte aktuell. Also die 10.000er Marke ist deutlich unterschritten. Wir haben Euro-Dollar, der nicht wirklich profitieren kann. 1.1292. Erstaunlicherweise auch Gold. 1.637. Das zeigt, dass diejenigen, die meinen, dass in einer solchen Krise Gold steigt, nicht immer recht liegen. Denn hier müssen offenkundig Liquidierungen von Longpositionen auch im Goldbereich gemacht werden, um da ein paar Lücken zu decken. Und wir haben den amerikanischen Crude-Preis bei 31,94, auch massiver Abverkauf heute bei Öl. Jetzt ist grundsätzlich die Frage, wir haben verschiedene Szenarien. Es gibt ja dieses U, das V und das L. U sozusagen als eine Erholung der Wirtschaft, wenn das Coronavirus bald wieder vorbei ist. Bums geht es nach oben. V würde dann bedeuten, dauert ein bisschen länger, aber die Wirtschaft erholt sich dann wieder. Und das Worst-Case-Szenario ist L. Praktisch, es geht nach unten und dann geht es so auf den niedrigsten Niveau praktisch ohne Erholung weiter. Das optimale Szenario wäre, dass die Notenbanken, die Verantwortlichen in der Politik in Panik geraten, unglaublich viel Stimulus machen und dann plötzlich ist im April, Mai die Coronavirus-Geschichte vorbei. Das heißt, wir haben Märkte, die mit Liquidität geradezu überschwemmt wurden. Und das Problem, dass die Märkte in Panik versetzt hat, Coronavirus hätte sich erledigt, dann sehen wir eine massive Rallye mit dann neuen Allzeitenhochs. Wenn das nicht passiert, dann wird es schwieriger, vor allem wenn die L-Variante passiert. Dann haben wir ein richtiges Problem. Dann sind die Bewertungen der Aktienmärkte noch viel, viel zu hoch. Die Frage wird sein, wird man jetzt auch diese Zombie-Unternehmen durchschleppen, die eigentlich in einem gesunden Kapitalismus hätten ausgemändelt werden müssen. Jetzt ist vielleicht das Gießkannenprinzip, dass jede Firma, die irgendwie ruft, dann auch Geld bekommt. Wir werden sehen, das ist eine dramatische Zeit und Donald Trump hat es nicht undramatischer gemacht. Dieser Fehler ist nicht gerade für seine Autorität besonders förderlich, um es mal so zu formulieren. Man braucht jetzt jemanden, der irgendwie ruhig und mit klarem Kopf agiert. Und Donald Trump passiert ein solcher Versprecher, der die Märkte in Panik versetzt. Nicht so richtig gut, da waren gestern Merkel und Spahn gar nicht so schlecht im Vergleich, hatte ich den Eindruck. Also Ihnen das Allerbeste an einem turbulenten Handelstag bei Finanzmarkwelt.de. Werden Sie informiert. Servus und Ciao.